m sich gut zum Beispiel wenn da noch die neue Dschungel Biome dazu kommen Prozent also da mal den Teil vom 1 setzen das wäre mal krank oder halt auch sehr effektiv da was ein und du hast komplett in den Tafel da ein Baum abholzen und das ganze Inventar ist halt dann voll mit Holz so hier gibt es wieder Zeppling also so so schlecht ist der Timer aber dann auch wieder nicht aber ich glaube wenn man Holz gesetzt hat also Wood, also hier das ganz normale Holz, oh jetzt ist der nicht kaputt und dann benutzen wir den Timer aufeinander, dann geht das Holz glaube ich nicht dann kommt dann nicht alles oder wenn man dann wenn man Holz also wenn man jetzt so gebaut hat und wenn das dann abbauen will dann wird nicht alles kaputt gehen weil das selber gesetzt ist aber ich weiß da auch nicht genau so was will ich jetzt bauen hab ich schon Steuenspitake Held hat vollbracht ja ich habe mich hier weiterentwickelt also ich glaube das YouTube Design ich weiß ja die Könnten mal ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben wie ihr das findet ich wenn's naja als wo so lange gewöhnt man sich daran ich fand das alte besser aber naja als ich fand es nicht mal so stolz so toll egal ja jetzt geht ich glaube ich habe jetzt das nächste Mal die junge Lammel Deutschmann halt da jetzt geht mal nach oben Jumpin Run zum Teil der Mondvorstellungszeit hat aber noch ein Link in der Videobeschreibung wenn es nur in einem Part ist, wenn es gibt auch noch im anderen und in diesem Part steht der Berg oh, fett, fett, das wird cool, das wird cool hä? Ich bin nicht vergiftet okay, ich hab was Neues, ich weiß jetzt was ich sag, ganz, ganz ernsthaft was richtig cool, yeah ich mag so wie zu Berge, mag ich mehr als so flachland an den Bergen kommen mir nur mehr Ideen ich bin auch also da jetzt ist mir was gekommen Werksbauer und auch da drüben was ich auch schon was ich baue aber was auch sag ich nicht, dass das Spoiler, wie das ist Spoilern, Spoilern in die Richtung Tür holzt und dann noch hier war das oh sie wie komisch aus aber die Karten das Problem jetzt baue ich mich einfach mal quer durch den Berg durch und hofft dass ich da drüben auf der anderen Seite dann eine perfekte Clive rauskommen weil Kortes das ist sicherlich cool aus die Ausblick der abzunehmen ich muss in der Teilnehmer das war so und das und das kann man hier dann war hier die Fackel weil er kommt noch die Schaufel hin Schaufel die auch hier Schaufel und Raus also ja jetzt nicht denken das Haus nur zwei hoch wird es wird natürlich noch drei hoch aber ich meine dass ich jetzt hier komplett durchkommen KW 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 ey wann komm ich da durch bin ich jetzt durch hä jetzt bin ich hier wieder bei Stein ich hab jetzt gehofft dass da jetzt Ding kommt dass der Ausgang ist aber ich sehe auf meiner Minimap das dauert noch das hat ein großes ein großer Raum sehr groß oh Stunde um Stunde ich buddelt mich hier in den tiefen Berg ein und ich hab noch keine Höhle gefunden ich bin eigentlich gibt es auch in Bergen keine Höhlen sondern Erden und unter den Bergen gibt es riesige Höhlen also das ist so meine Erfahrung ich bin hier auch gleich durch also ja wir müssen gleich durchkommen also unter den Bergen gibt es die meistens die ganz großen Schluchten und da das macht mir auch mehr Spaß jetzt ich bin ziemlich viel Cobblestone also Flasterstein jetzt bin ich durch jetzt bin ich durch jetzt bin ich durch jetzt bin ich durch wow und noch so eine kleine Insel das wäre cool so jetzt fang ich mal mit dem Ausbau also ich tue jetzt nicht komplett nach hinten ziehen das wäre mir jetzt auch irgendwie zu blöd ich mach jetzt einfach nur mal bis hier hin also nicht hier großartig sind aber schon mal das Zaus oder dass der Bergbau hier schon mal größer wird ich muss blühe an den Anfangswerkzeugen also da hat sich hämmert dann mit hämmert man dann mit Schneid auf Stein das ist so ewig dauert und ja das ist ein bisschen blöd und ich habe ja vorhin schon gesagt ich habe den Beta Enchant Mod dazu werde ich glaube ich noch ein Review machen oder ja auch Installationsvideos ziemlich leicht wenn sie sich ein TZ entweder in der Videobeschreibung oder wenn ich es nicht vergesse ich mach es noch größer irgendwo verlinkt ja dann können die den auch mal benutzen der ziemlich cool kann es hier nicht zeigen obwohl ich könnte schon zeigen müsste ein kurz in Creative machen denn also ja ich zieht euch ja hier zu mir die Items drin ich weiß nicht wie man das wie man es ein und ausschalten kann macht nur mit O mit der Tasche O und ja ich hab zum Beispiel dazugelernt ja jetzt guck ich mal hier ähm Errungenschaften zeigt allen was du wirst deine Hacke ist glück auf Evolution Brennpunkt wow wo war hier Diamanten da Diamanten was ok cool Evolution hier Evolution Evolution ähm ja dazu könnte ich eigentlich immer mein Cent abgegeben was ich über die Evolution denke ähm ja äh ja also ich finde Evolution der größte Schwachsinn denn ja ich glaub da nicht dran ich hab einen anderen Glauben und ja da steh ich auch ähm ja also ich glaub da gar nicht dran ich glaub an die Schöpfung von Gott auch wenn ihr jetzt sagt äh was bist du glaubst du noch daran wir haben genügend Beweise dass es nicht ist ja also die Beweise für die Evolution die sind auch keine richtigen Beweise sondern einfach nur naja also ich könnte es irgendwie nicht glauben dass es irgendwie so einem kleinen komischen Viehchen ähm was entstanden ist schon außerdem denke ich mal an das Gesetz des Stärkeren das in der Natur gilt also wenn dann irgendwelche also wenn die Tiere dann sich weiterentwickeln würden dann würde es ja über Jahrtausende ja Millionen sagen sie ja da müssten die ja grüppelt sein und äh gesetzte Stärkeren ich mach jetzt mal Cobblestone rein ähm könnten die irgendwie gar nicht überlegen die würden dann alle auch sterben und die ja Versteinerungen gehen auch nicht über Jahrmillionen das kann in Zeitraum also in ganz kurzen Zeiträumen ähm kann das schon ähm können Sachen versteinern es gibt da gibt es auch Videos darüber aber also ich finde Evolution die sind keine richtigen Beweise schon wieder kaputt Alter das ist kein Skizzen keine richtigen Beweise dafür dass die Evolution stimmt Charles Darwin der hat sich schon irgendwie dabei was gedacht oder war einfach nur ähm hat sich zwar schon was dabei gedacht aber es ist keine richtige naja Schöpfungstheorie so ey das sieht ja mal sicherlich cool aus also ich glaube da nicht dran und wenn ihr jetzt fragt was für einen Glauben habe ich dann also ich bin dazu stehe ich auch voll und ganz ich bin grischt und ähm ja also ich glaube an die Schöpfung von Gott ich mache jetzt mal ne Fackeln und ja also nun ja also ich glaube da jetzt nicht dran an die Theorie ähm und jetzt auch nicht denken nur weil ich jetzt hier ähm grischt bin nur deswegen glaube ich daran aber eigentlich auch die die Evolutionstheorie macht einfach auch überhaupt irgendwie gar keinen Sinn und da ist schon eher glaubt man schon mehr finde ich da ist eigentlich schon besser wenn man ähm einen Gott hat der das erschaffen hat und das ist eigentlich dann auch besser für einen selber und ja das ist also ich finde die Evolution völliger Quatsch ja ich kann ja mal weil er schon drüber ähm kann nochmal ein bisschen darüber gucken ähm und dann mal anders noch mal drüber darüber reden so sieht schon viel schöner aus schlafen liegen das Geld wie so das ist alles schwarz komisch egal schlafen liegen ich hier nochmal wieder was nein das Geld wie so ach jetzt ja ähm ja und so was will ich jetzt machen hier Treppen so dann sag ich jetzt hier mal so also können wir auch ruhig schreiben über was für Themen ich hier noch reden soll ähm ähm immer offen immer offen immer offen für andere Themen also ja aber und also manchmal weiß ich auch nicht was ich so großartig reden soll so dann war das hier wieder so nein falsch gesetzt so also ich weiß auch gar nicht über was denn jetzt mal reden schon wieder über halt irgendwie glauben oder sowas rein man kann ja auch nicht dauernd nur über ein Thema reden aber ähm ja also evolution ja also ich finde es wirklich völliger Quatsch und also wenn man einen gesunden vom Menschenverstand hat dann denkt glaubt man mehr an den Gott als an eine Evolutionstheorie von ähm irgendeinem Hansel ja also er dumm war er ja nett aber ich mach jetzt mal so soll es denn auch mal wieder nicht sein so so jetzt ist es baue ich hier jetzt mal wieder weg so 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 ich jetzt mal wieder weg so 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 was habe ich gerade hier großartig mit was ich schon mal bauen kann bretter ich baue das hier noch etwas aus das blöd wenn ich jetzt erstmal in den Berg reinbaue aber muss ja auch irgendwie sein wenn man hier schon in den Bergen ist und hier kann man auch das gerade nicht einfach ich glaube ich baue hier noch irgendwo eine Berghütte hin so eine kleine so eine kleine schnuggige Berghütte mitten im Wald der Holzfäller allein der einsame Holzfäller ja ja ich brauche Eisen eindeutig brauche ich Eisen ich finde den Stein hier viel schöner als den anderen ich habe auch mal an dem Texturenpack von Honeyball also habe ich jetzt auch mal andere Texturen da reingesetzt also ein Mix davon von dem Texturenpack den fand ich immer so übel aber und ja ich spiele es einfach hier mal mit dem Basic die so schlecht aus so ein paar Sachen die Fingern etwas duf daran z.B. der Ofen da können die Oma einbauen alles ist hier Held hat verbracht Brennpunkt hier ähm das kommt so ich spiele hier das alles raus kann ich das hier gerade mal abreißen oh es passt sogar alles rein alles raus so hier kommt Pflanzenzeug hin da so so und das Zeug hier hin Holz ich hätte hier hier antworten antworten Vielen Dank.